London ist sehr besonders für mich, weil ich hier geboren wurde und deswegen ist es ganz schön einfach hier zu sein und mit so einem wichtigen Event irgendwie meine Geburtsstadt wieder besuchen zu dürfen. Es wird viel Spaß geben und wir haben einen guten Abend. Ich liebe das einfach, ich mag es Interviews zu geben, ich mag es rumzureisen, alle Leute, mit denen ich zusammenreise, sind super nett und toll und wir sind eigentlich nur am Lachen. Okay, 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 okay. Conchita Burst und ich haben ein Foto gemacht, da habe ich mich total darüber gefreut und uns noch kurz unterhalten und es ist total nett und das hat mir sehr, sehr viel bedeutet, dass sie sich ein bisschen Zeit genommen hat. Hallo! Freut mich sehr. Mich auch. Wie geht's? Gut, ich bin gerade ein bisschen overwhelmed. Warum? Weil Presse und alles wahrscheinlich. Ja und jetzt stehst du gerade vor mir, deswegen. Aber das tun wir ja nicht zum ersten Mal. Ja, naja, doch eigentlich, oder? Kurz in Hannover. Ich habe dich wahrscheinlich mehr gesehen als du mich, weil ja. Ja, wahrscheinlich. Aber freut mich. Ich freu mich auch. Dürfen wir ein Foto zusammen machen? Sehr, sehr gerne. Ja, cool. Sehr schön. Wenn ich auf der Bühne stehe und singe, das fühlt sich so schön an und da weiß ich einfach so, ja, also deswegen machst du das, um hier zu stehen und mit den Fans zusammen Musik zu machen und dir die Seele aus dem Leib zu singen. Ja, das war's. Und das war's. Ja, da war's. Und das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Dann bin ich auf. Ja, das war's.